Im Postamt von Mosbach ist sicher was geschehen, ich hab alle Postler dort weinen heut g'sehen. Ja, selbst ein ganz alter Beamter am Schalter hat traurig erst geschaut und sich schnetzt dann ganz laut. Die Schuld ist eine quäntliche Postkarte gewesen, in klobiger Schrift kann man Folgendes lesen. An das Christkindlo, liebes Christkindlo, du, hör ein wenig mir zu, es ist kalt und es schneit, sie ist auf Weihnacht nicht weit. Liebes Christkindlo, bitte, bring mir auch etwas mit, ich vergesse dir das nie und vergesse Gott so wie, hab ein paar Kinder und Not und zu Haus oft kein Brot, doch das verstehst nicht, oh nein, du bist ein Holzknecht, du sein. Bitte bring deinem Hilfs für die Kinder, was siehst, Liebes Christkindlo geht, schick ein Glück auf die Welt. Die Postler haben gesammelt, ein jeder hat gegeben, dabei haben's doch alle nicht zu viel zum Leben. Und wie Weihnacht ist kommen, haben's Sachen zusammengekommen und machen erst heut bei dem Holzgenächt im Wald. Ein Postler als Weihnachtsmann sagt, meine Lieben, jetzt sind wir heut da, denn du hast doch geschrieben. An das Christkindlo, liebes Christkindlo, du, es ist kalt und es schneid, es ist auf Weihnacht nicht weit. Liebes Christkindlo, bitte, bring mir auch etwas mit, ich vergesse dir das nie und vergeht's gut, sag ich, hab' paar Kinder und Not und zu Haus oft kein Brot, doch das verstehst nicht, oh nein, du bist ein Holzknecht, du sein. Bitte bring deinem Hilfs für die Kinder, was siehst, liebes Christkindlo, wie geht, schick ein Glück auf die Welt. Schick ein Glück auf die Welt. Schick ein Glück auf und bei der Laune auf die Welt, das plata warDu, wie geht, Untertitelung des ZDF, 2020